. 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 Freni? Hast du uns in Markus' Fachchen liegen? Bitte. Danke. Die Dame dort hin. Hoi. Grüezi. Dr. Burkhard. Könntest du nicht bitte den Herrn Meier zuerst rannehmen? Es ist gerade reinkommen und sieht ganz unterzuckert aus. Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich baue meinen Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Geh! Soll ich Ihnen wieder an- An-Ton then? Bis zum nächsten Mal.